Hohes Kartell, mein Name ist Michael Polster. Ich bin Kaplan im Pfarrverband Berching im schönen Bistum Eichstätt. Als Al-Simone und Frank-Korete darf ich euch heute meine Gedanken zum fünften Fastensonntag vorstellen. Nichts ist so sicher wie der eigene Tod. In der Trauerbegleitung und auch aus eigener Erfahrung sehe ich, dass der Verlust eines Menschen immer schmerzlich ist. Auch wenn der Tod sicher scheint, so ist der Umgang der Hinterbliebenen jedes Mal ein anderer. Die einen wissen ihre Verstorbenen in Gottes Händen geborgen oder sie zweifeln und hadern. Wiederum andere fallen wie in ein tiefes, dunkles Loch. Auch Jesus kennt diese Schmerzen. Er selbst weint, als er realisiert, dass sein Freund Lazarus bereits seit mehreren Tagen tot ist, obwohl er noch kurz davor gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, hier kommen die menschliche Wirklichkeit und die Herrlichkeit Gottes zusammen. Wir Christen fühlen den Schmerz, die Trauer, den Abschied und zugleich glauben wir fest daran, dass uns Gott ewiges Leben schenken will. Leben und Tod, Trauer und Hoffnung, sie überschneiden sich. Jesus nimmt unsere Ängste sehr wohl wahr, weil er sie auch selbst kennt, aber der Geist Gottes, seine Kraft wandeln, diese Trauer in Hoffnung und letztendlich in Leben. Durch die Taufe wohnt derselbe Geist in uns, der später unseren Heiland von den Toten auferwecken wird. Dieser Heilige Geist, der zeigt sich in unserem Leben, wenn wir uns ihm öffnen. Und er ist es auch, der unseren Glauben an das ewige Leben nährt und stärkt. Jesus lässt dem Evangelium aber nicht nur Mitleid und Gefühl zu, sondern er zeigt auch, wer er ist und dass schon das alte Testament über ihn gesprochen hat. Und so können wir in der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel folgendes lesen. So spricht Gott, der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Die Texte des fünften Fastensonntags, es sind Hoffnungstexte, die uns auf das hohe Osterfest vorbereiten wollen und uns auch im Glauben darin stärken. Auch du, Christ, wirst einmal zum ewigen Leben auferstehen. Und so wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Bleibt gesund und vor allem katholisch. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.